Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot der Zorn des Cortex In der zweiten Hälfte der dritten Session und ja, nachdem wir uns ein paar mal ordentlich einen abgebrochen haben, sind wir jetzt im Cortex Warp Room dabei Äh, die Relikte zu holen und wir gehen jetzt in mittelalterliche Verrücktheit Und ich werde die Lade-Sequenz rausschneiden Okay, da sind wir wieder Alter, ist die Musik laut Moment So, jetzt müsste es gehen So, dann gucken wir mal Wie wir hier vorankommen werden Da ist die Uhr Los geht's, yeah Gleich die erste Zeitkiste verpasst, super Fängt gleich klasse an Scheiße So, okay Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit kommen werde jetzt mit euch In der dritten Session tatsächlich Wo ich gestern noch mit dem Alex die Kristall geholt habe Und den Edelstein natürlich Mir werden ja keine halben Sachen gemacht wie ihr Mist Okay Vor allem bin ich mal gespannt, ob der Riccardo gerecht hat Und der Alex tatsächlich so ein zweideutiges Video schneiden wird Weil ich habe ja ein paar Stellen interessante Geräusche von mir gegeben Das ist mir durchaus bewusst gewesen Nach ihm noch Okay 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 Ich habe mir übrigens inzwischen eine neue Wasserflasche geholt Wo eine vorige ist Nämlich jetzt leer Ja, tatsächlich Kann ich immer so am Rande erwähnen Okay Warten, dass die Plattform kommt Plattform Tschüss Plattform Hey, 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 hey Nitro, 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 Nitro Nitro Keine Nitro will ich haben Schalalalala Und jede Menge Zeigkisten Danke Okay Crash Komm schon Komm schon Alte Junge Komm schon Ja Okay Weiter geht's Wilder Fahrt wozu die langen Tausend Ich glaube, ich bin hier schon hier falsch Ich glaube, ich biege Ich hoffe, dass es jetzt geht Nein, war es nicht Verdammt nochmal Fahr mal hier entlang Komm schon Crash Lass mich nicht hängen, alter Junge Ja, wir sind auf dem richtigen Weg Sehr gut Sehr geil Gestern habe ich mich ja ein bisschen verfahren Mit dem Alex Ich nehme übrigens die zweite Hälfte Gleich direkt nach der ersten Passion aus Also ich bin noch ein bisschen angespannt Von dem vorigen Leveling Punktlandung Sehr gut Ja gut Ist nur Saphir Aber mein Gott Immerhin ein Relikt Was wollen wir mehr? Ja, da sind wir wieder Und dann gucken wir mal Was uns jetzt bei Level 24 nochmal Ach ja Noch so ein toller Cyborg Level Na toll Okay Dann wollen wir mal Die entspannende Phase ist vorbei Jetzt geht es wieder An die Scheiße ran Sagen wir es mal so Interessanter Blick übrigens Crash, den du uns dazu wirfst Der Roboter lässt uns glücklicherweise in Ruhe Das finde ich gut Zeitkiste Ich sag die Zeitkiste Was mache ich denn? Ich habe jetzt doppelt geklickt Vor lauter Aufregung Verdammt nochmal Ich glaube das beides waren Zeitkisten Kann das sein? Ich weiß das gar nicht mehr Ich weiß das gar nicht mehr Wenn ich Sollte ich nochmal sterben Können wir es ja herausfinden Ich werde sicherlich nochmal sterben So wie ich mich kenne Okay Das haben wir schon mal Mitnehmen Er hat sich nicht festgehalten Er hat sich einfach nicht festgehalten Tatsache Schweinerei Da haben sie echt da Zwei Zeitkisten hingespawnt Die Säcke von Entwicklern Unglaublich Okay Jetzt aber Crash Ach nee Das ist die Geschichte mit den Plattformen Sieh zu Plattform Das sah so gut aus Verdammt nochmal Crash Ernsthaft Du bist eigentlich mein Freund Crash Aber wenn du so weitermachst Muss ich Weiß ich nicht Das ist nicht schön Und wir sind noch nicht durch Jetzt kommen ja noch ein paar mehr Relikte Was war das denn? Ihr habt das auch gerade gesehen oder? Der war einfach mal außerhalb Ich werde da irgendwie nicht so ganz schlau Aber ich komme Ich komme definitiv mit dem Cyborg Level nicht klar Das ist mir jetzt bewusst geworden Vielen Dank dafür übrigens Für diese Erkenntnis Liebe Entwickler Das habe ich gebraucht Nicht Alter Crash Mach mich nicht fertig Was? Das ist begrenzt? Och nö Was ist das denn für eine Scheiße? Alter Was ist das denn? Bei Crash 3 Da hatte man so schönen Spielraum gehabt Bei den Relikt-Rennen Aber was ist das hier? Das geht ja gar nicht Alter Alter Vor allem wie schnell die Plattformen wieder runter gehen Ey So jetzt muss ich hier 1000 Jahre warten bis die wieder hochkommen Das ist ja ganz toll Jetzt kommt doch bestimmt gleich schon die Roboter-Passage Jo Da ist er schon Kickst du den bitte weg? Danke Den Nicht Auch gut So und jetzt lauf 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 in deinem Leben Crash Und verliere eine Maske dabei Ganz toll Space-Mine Aber die kommt sowieso nicht zur Explosion Zur Explosion Danke Alien Dass du mir genau dann in den Weg läufst Das ist zwar Genial von dir Ah ne Maske Sehr gut Okay Okay Ich bin gerade doch etwas angespannt wieder Zwei Minus hintereinander Hilfe Nein Die will ich haben Danke Und übrigens ich mach das nicht mit Absicht so spannend Sag ich ja ganz ehrlich Okay 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 Oh Penner Komm schon Crash Ja Da ist der Problemlöser Ja Da ist das Ende Rein da Ja Und Gold Okay Oh Alter Schwede Auch das ist geschafft Sehr gut Ich glaube das war das letzte mit einer Kletterpassage Also ich hoffe mal Dass wir davon jetzt endlich erlöst sind von diesen Kletterpassagen Weil die sind echt nervig Echt Alter Schwede Was für eine Anspannung Das ist ja schon rein Zernervenkrimi hier Also nicht nur für mich Sondern auch noch für euch Wenn ihr euch das antut Anguckt Also auch antut Aber auch anguckt Und ich hab hier nicht einmal Platin geholt Aber ehrlich gesagt Das ist mir so scheißegal Ich bin einfach nur froh Wenn ich die scheiß Relikte habe Echt Ach ja Ja danke Ich verleih gleich mal zu Beginn meinen Akku Das ist auch toll Deswegen hatte ich den ja auch Damit ich den gleich zu Anfang verlieren kann Ne Ist ja ganz klar Wer verliert nicht gerne Seinen Akku Ne Ani Handy Besitzer Beziehungsweise Smartphone Besitzer Die billige Kopie Wie ich ihn immer benenne Weil für mich ist das einfach nichts anderes Als die billige Kopie Okay So weit So gut Hebs Was Ich war doch gar nicht in Reifweite Der Nitro Wie kann das sein Dass mir das als Hä Okay Ich muss das nicht verstehen Ich war jetzt gerade ein bisschen überfordert Ja oder so Das geht auch Ah Nicht rutschen Crack Okay Okay Weiter 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 Nein Ich hab doch Ich hab gegrätscht Man hat das doch gehört Hallo Ich hab gegrätscht Ihr müsst mich durchlassen Ihr Wichser Entschuldig für diesen Ausdruck Aber es ist so Oh Alter Rutschen tut er auch noch Alter Leute Es ist nicht euer Ernst Ne Also ich hoffe Die Entwickler erwarten hier Keine lobenden Worte Von mir Denn die werden sie Definitiv nicht kriegen Also da muss ich sie Bitte enttäuschen Weil das ist echt Eine Sauerei Was sie sich hier geleistet haben Muss ich ganz Ehrlich mal so sagen Weil ich kann drüber springen Aber nicht drunter Durchgrätschen Was ist denn das Was ist das für ein Schwachsinn Entweder ich kann beides Oder gar nichts von beiden Das sind halbe Sachen Die regen mich schon ein bisschen auf Ja Dann noch diese billige Möchtegernkopie Das geht ja gar nicht Alter Ernsthaft Scheiß Stormtrooper Eigentlich mag ich Ich brauche Aus Star Wars Muss ich ganz ehrlich sagen Jetzt habe ich schon wieder Keinen Akku Verdammt Ich brauche doch einen Akku Was? Fick dich Echt jetzt mal Fick dich Junge Jetzt kommt hier langsam so der Dennis-Like in mir Durch Ich hasse dieses Spiel Allmählich Muss ich ganz ehrlich sagen Allmählich beginne ich wirklich Dieses Spiel zu hassen Das kommt nicht häufig bei mir vor Also Ich muss ganz ehrlich sagen Von den Crash Von den ersten drei Spielen Von Naughty Dog Hat man wesentlich mehr Als von diesem Spiel Ja Das geht ja Ja natürlich Klar Ihr blöden Ficker Normalerweise Jetzt schmeiße ich mich Mit solchen Ausdrücken Von mir Das wisst ihr Und wenn ich schon Mit solchen Ausdrücken Um mich schmeiße Dann will das schon was heißen So Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger Ich versuche mich noch ein bisschen Auf das Spiel zu konzentrieren Auf das Eins der letzten Relikte Ich hätte jetzt gelacht Wenn ich jetzt gestorben wäre Hätte ich jetzt echt Lachanfall gekriegt Und Wutanfall gleich hinterher Und ich bin jetzt mal ein bisschen Und ich bin jetzt mal ein bisschen